Übrigens fehlt hier oben noch Böden. Ja, die konnte ich ja nicht bauen, weil da jetzt die Rampe merken. Aber warte mal, ich baue die mal eben. Sekunde. Bist fertig? Jetzt kann ich schon wieder nix bauen. Vielleicht klatsche ich mal. Ehrlich. Dann speichere ich das, dann beende ich das Let's Play und spielt Pläne zu. Dann kann er da sein komisches Monster fahren. Siehste, jetzt ist es nämlich passiert. Du musst da jetzt was Neues hinbauen. Ja, weil du so hektisch wirst, dass da erst Böden rein müssen. Lass die Leute doch erstmal ihre Wände bauen. Man könnte ja auch einfach drüber rumbauen. Aber nein. Guck mal, wie doof du bist. Nicht mal eine Wand kannst du richtig setzen. So, jeder hat's gesehen. Gut, dass bei mir keiner zuschaut. Den Hof hat er auch noch nicht fertig gemacht. Unglaublich. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Jetzt hast du meine Fliesen gelöscht. Ja, weil du die nicht gesetzt hast. Boah, du bist so fies, ne? Eieiei. Schlimm. So ist es schlimm. Ich würde nur mal bauen. So, sagen wir mal wartet, dass hier irgendwas fertig wird. Nein, unsere Arbeiter sind ja eh noch 10 Jahre hinterher. Was ist jetzt eigentlich mit einem Todestrakt? Ja, funktioniert nicht. Kann ich nichts für. Keine Lösung. Wolltest du die nicht auflösen? Du kannst doch nicht den Todestrakt auflösen. Wir sind doch froh, dass wir welche grillen. Wir grillen die einfach. Du kannst ja nicht grillen. Wieso kann ich die nicht grillen? Natürlich kann ich die grillen. Du kannst ja nicht grillen. Ich bin der Gefängnisdirektor. Ich kann grillen, wen ich will. Du kannst hier gar nichts grillen. Soll ich es dir beweisen? Ja, bitte. Ja, grill mal jetzt einen. Heute Nacht. Ich hab eh nicht. Es geht gar nicht. Du schaffst dann nicht mehr, dass wir den erschießen können oder so. Warum soll ich den denn erschießen? Er macht doch nichts. Hier ist alles friedlich. Ja, du willst doch grillen. Ja, aber doch nicht jetzt, Mensch. Dann ist doch Einschluss. Dann bricht doch das ganze Gefängnis zusammen. Ja, du kannst ja heute Nacht auch nicht grillen. Warum nicht? Kümmer dich doch jetzt mal um deinen Bau. Mach doch jetzt mal deinen Bau. Wie soll das gehen, wenn er noch nicht mal seine drei Gnadenbesuche hat? Ohne drei Gnadenbesuche geht das ja gar nicht. Ich baue mal einen Boden, ja? Sekunde. Ja, ja. Fertig. Was fehlt denn denn jetzt noch? Du. Ein Bücherregal. Ich krieg schon wieder eine Wand. Schlimm, ne? Hm. So, dann eine Topfpflanze. Dann, was ist das, eine Kommode? Okay. Ich glaube ich. Wann haben sie unsere Gefangenen gut noch? Ja, viel zu gut, finde ich. Ein Fernseher. Und eine Wand. Ich habe auch so das Gefühl, dass wir viel zu viel psychisch Kranke haben. Ja. Na gut so. Mhm. Bist du gerade fertig mit Bauen? Moment. Jetzt ja. Wann, 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 was macht der Heftling auf? WI? Warum? WI? 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 wir jetzt bauen suche raum oberhalb an der tür ich habe keine ahnung ich meine strafen jetzt aber sofort sechs stunden einzelhafte beziehungsweise einschluss da schauen wir davon rennt so ungeprüft und alles weil ihr nicht mal strom ist aber du lass uns schon mal türen reinbauen lassen schon mal leute reinsetzen und leute reinsetzen habe ich rein gar nichts gesagt doch 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 wer türen reinsetzen setzt auch leute kann haben aber essen ist schon drauf ja ja vielleicht wollte er einfach ein kleck haben zwei kleine tische einfach so damit das ganze bild ein bisschen aufgelockert wird sonst weißt du sonst sieht das so komisch aus deswegen lenken leute mit komischen gesicht mit komischen hüten richtig manche tragen kappen weil ihr gesicht einfach hässlich ist warum ist unser links dann ganz linke besucher besucher raum türkisen teppich und die anderen haben blauen teppich ich weiß nicht warum das so gemacht hat vielleicht weil du hast copy paste ich habe weil der teppich doch noch gar nicht fertig ist es gibt doch gar kein türkisen teppich ja ich frage ich dich wieso mich wird er noch gebaut oder nicht nein das war schon drin der sieht immer bei mir sieht er auf jeden fall noch markiert aus jetzt sieht er aus wie die ganzen anderen teppiche nur halt in türkis anstatt im blauen ja aber das liegt ja daran dass da unten noch ein pfeil ist von zwölf mal 33 der scheint noch markiert was guckt doch mal bei mir ich weiß dass wieder dich an aber moment weil diesen boden gibt es gar nicht es gibt keinen türkisen boden das ganze spiel ist ein reiner back so ja da sieht es so aus als wird es markiert oder ausgegraut oder keine ahnung hier guck mal ja aber bei mir ist es okay wenn du bei mir guckst es ist zur kieger es gibt aber auch gar keinen türkisen boden ja was weiß ich vielleicht hast du einen cheat code eingegeben nein würde ich fast nie machen das ist eine bohrmaschine ja eben bieten tun wir nur ein terraria oder ein ego ego ich kann das auch nicht aufheben ja dann lass es doch jetzt einfach bevor du irgendwas kaputt machst dann lass den türkisen boden ich will eh noch drei tische und strom was habe ich mit dem strom hast du keine stromleitung du hast dann immer stromleitung hingegeben ich glaube wir haben noch nicht mal einen generator oder oder haben wir schon einen ja wir haben da einen aber der ist glaube ich ja das glaubt mich nicht so aus naja wir haben doch hier unseren großen raum der wo links daneben ist überhaupt des hofes da soll ja der generator sein und die zwei psychologen und ein leerer raum und nichts drin ist wenn die mir folgen wahrscheinlich nicht da könnte man vielleicht einen putzmittelschrank raus machen oder aus dem raum wo nichts drin ist nein da hast du schon da unten einen putzmittelschrank irgendwo ja aber so dreckig das gefängnis ja dann müssen wir mehr leute hier zum einsatz schicken wir haben ja nur 14 leute wo hier weil ich mache jetzt hier unten einen putzmittelschrank draus und dann kann ich ja nicht weil da eben noch ach eben du kannst nichts und 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 ich vergiss das nicht ja das auch weißt du was weil du weil du gerade brauchst einer machen wir mal einen mit zu mach ich ja 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 so dann machen wir mal hier die man sieht es aber auch schlecht gerade irgendwie dann machen wir hier noch eine wand hin und dann müssen wir hier oben ja die wände frei machen hier frei machen und dann können wir hier ja auch ein generator einsetzen haben wir hier mal wieder eine versorgung auf ja war das ding gemacht wir haben immer einen freigelassen so dann können wir hier die kondensatoren hinsetzen und hier kommt jetzt geht er einfach weg und wir müssen uns jetzt auch noch um die einlieferung kümmern seht ihr so ist das immer alles fängt da an und dann müssen andere den scheiß wieder auslöffeln unglaublich jetzt ist auch sein teppich nicht mehr türkis sie kann nicht abwarten schlimm 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 dann machen wir doch auch gleich mal die böden fertig wie haben wir das denn immer gemacht bis hier oben dann haben wir hier eine wand herum gezogen hier hier und hier und da haben wir dann eine ferngesteuerte tür reingesetzt und einen tür servo mal gucken wie lange wir brauchen dafür hier sind die wände genau wie haben wir das gemacht wir haben immer die teppiche verlängert suchen wir uns mal ganz schnell die teppiche raus gleich meckert er wieder los weil die teppiche nicht da sind hier fehlen noch die türen da kann ich noch keinen teppich setzen und hier waren glaube ich braun dieser dackelkacken braune teppich ganz widerlich wenigstens können sich durchlaufen die leute und im dunkeln finden schon mal irgendwelche sachen statt das läuft alles ganz wunderbar hier so da müssen wir uns auch um versorgungsleitung kümmern wasser ist ja da das ist jetzt nicht das problem wie haben wir das denn sonst immer gemacht ich glaube immer schön am rand entlang so so ich glaube das spiel stößt gleich ab völlig überfordert hier müssen wir nur aufpassen dass wir da nicht so das haben wir auch bis ganz unten gezogen das bis ganz unten wenn die alle gelegt sind diese 400.000 kilometer kabel dann dürfte der bereich auch über genug strom verfügen dann wird das ganz ganz super dann müssen wir das bauen abwarten guck mal wir machen plus sehr gut oder extrem tödlich und hart naja aber solange man ihn in ruhe lässt passiert ja nichts ich weiß nur nicht warum die hier draußen rumlaufen dürfen aber also dieses sicherheitskonzept habe ich noch nicht so ganz verstanden das muss man leider 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 so sagen man darf sich auch nicht am kopf kratzen ne sag ich nichts zu wie das wieder passieren konnte ich habe keine ahnung so so jetzt müssen die eigentlich nur noch die beiden dinger hier abreißen dann kann ich da auch mal eben dann hoffe ich dass der niklas gleich wieder kommt weil ich muss dringend tee weg bringen und fassbrause und wasser ich weiß nicht warum die da oben rumlaufen dürfen ich kann es mir nicht erklären also das konzept ist kacke aber das muss man vorbereiten das geht leider nicht so mal eben ich mache mal folgendes ich lasse euch mal auf der baustelle ich muss mal ganz schnell wohin bis gleich ich weiß nicht ich weiß nicht ey So, ja, funktioniert hervorragend. Sie sind natürlich ziemlich am Limit hier, mit den Kabeln. Das machen die, glaube ich, auch vor allem anderen. Wie lange die brauchen, so einen Raum einzurichten, ist unglaublich. So, was hast du angestellt? Naja, also erstmal ist dein komischer Teppich jetzt endlich blau und wir machen auch kurz ein bisschen Gewinn. Au. Ja, das sind die Sachen, die ich schaffe, wenn du mal ganz kurz weg bist, Kaffee holst. So war es aber auch. Ja, da siehst du mal den Unterschied zwischen dir und mir, Profi und mich. Mhm. Uli, einen wunderschönen guten Abend. Es geht bei mir nicht viel. Ich bin eigentlich, hab eigentlich gar keine Zeit und müsste eigentlich was anderes machen. Morgen für die VLN trainieren. Auf der Schleife, aber irgendwie, ja, wurde ich gezwungen, Prison Architekt zu spielen. Das stimmt überhaupt. Ich hab dir gesagt, hau ab. Ja. Ja. Ja.